Musik Hallöchen liebe Freunde hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary Heute aus dem Auge des Sturms Genau mit dieser tollen Kuppel hier War ja aber am Anfang so richtig klein hat man sich kaum bewegen können So was haben wir hier Kreml nachkaufen Das hat mich sogar Oh hat mir meine Freundin ein paar geschickt Mit denen es nix anfangen kann Die kann man nicht verkaufen Also kauft keiner Und von das bisschen Gold sagt sie Pff kaum kannst du haben Was ist ja Verwendung für euch Ich meine Jo So sieht's aus Was machen die eigentlich nochmal Ah 50 Stärke Nein das ist nicht die Welt Genau Danke für den Tisch Moment gehen So Fisch brauchen wir es alle sterben Was hat sich verändert zum letzten Mal Äh nichts Nein alles gleich Das hier ist gleich Das hier ist gleich Das hier bleibt auch gleich Ne Crit Vielseitigkeit Mastery Ach ja genau Ganz vergessen Vielleicht wisst ihr es mittlerweile Ich hab mir fällt das gerade eben ein Es ist schon eine Weile her Ähm kritische Treffer und Heilungen Werden im PvP weiterhin 150% verursachen Anstatt 200% wie es im PvE der Fall ist Das heißt der Burst Der im Äh der Ding herrscht im PvP im Moment in Legion Ich weiß jetzt nicht ob es so ist Ich hab schon seit ein paar Tagen nichts mehr gemacht Weil irgendwie Ja keine Ahnung Irgendwie nicht so doll im Moment Hab auch gar nicht so die Lust Und äh Da wird dann der Burst Der aktuell herrscht Der zuletzt geherrscht hat Dann entsprechend Reduziert Ich weiß nicht ob Blizzard das jetzt schon drin hat Ich müsste einfach mal wieder testen Vielleicht schmeiße ich auch den Stream nochmal an Irgendwann mal wieder an Also der wird ich wahrscheinlich Irgendwann Der wird ich definitiv nochmal anschmeißen Mal schauen So wir gehen natürlich in die Mitte Denn Mitte ist gleich Kontrolle Kürzeste Wege In alle vier Stützpunkte Da ist nur einer Keine Armada die fliegt Gehen einige in die Mitte Dann haben wir hier Ja wir haben auch einige hier Standarte hin Priest Ah Stun Ist da Wo ist hier Wo ist der Mage Da ist er Priestmans Gesicht Da ist dann Kommt Dich hol ich mir Bam Geht doch Richtig war dass der stirbt Der wahnsinnige Hier ist es der nächste Schaut mal das noch Kriegen wir hier Wir kriegen hier Super Hier geht erstmal Stun Inland Habe ich in der Wichtinland Ich glaube schon Ist hier weg Ist der Mage Der Mage ist nicht der Schneller da oder Irgendwas hier Irgendwas hier Verreckt Und der hat jetzt Den da Bubble Das ist zu riskant Weggekickt Danke an's heilen Oh wie niedlich In die Bubble Mach dein Killing Spree Ach du Scheiß Was passiert der Er stirbt trotzdem nicht All is up Und jetzt geht's wieder rein What's Klar Hier Wahrscheinlich nicht überleben Nein Oh jetzt Nein Ich war doch schon darauf Jetzt wollte ich Hand auf den Hinkrücken Nein Das gibt's nicht Wie unfähig Wie da gut Wir waren Zergen Wo haben sie wieder Ist ja alles da Irgendwann Können wir dich mal heilen Ja Oh Priest Ach das sind Russen Sicher eben Ja es kommt Oh du Hornochse So ein Hornochse Nein Was ist mir die Insee wert Auch Storm Oh Der ist ja wieder The wall is up Vergiss es Ha Vergiss es Ich könnte ja so auch wieder mit Import Zieh Ich könnte ja so auch wieder mit Import Aber Seraphine Ja Seraphine Wird wahrscheinlich nicht so Pralle sein Seraphine Braucht mal Da ist kein Geo Mage Seraphine Braucht mal einfach Äh Was Rion Das war so krass Priest hat 200k Eingedrückt Nein Jetzt habe ich Ich sehe es noch Und mache es trotzdem Mit dem Ja komm Falle inline Jetzt stirbst Killing Spree Ist mega 네 Ich顆 vie Nein Auch Ich douche 네 사랑 Mi Ich fé habe ich ich bin hier activities geseremos Böh. Super. Kann man dem noch helfen? Ich will erstmal stun, kill, alles ab. Na komm, man stirbt. Der ist aber. Der ist dann. Oh nein, das überlebt er auch noch. Der ist voll. Und der Mensch ist da. Ja. Spawn. Wirbler. Ja, wie lange willst du noch rumwirbeln? Scheiße, jetzt sterb ich wahrscheinlich. Jetzt kann ich... Ja. Nicht schlecht. Gut. Stun, silence. Kann ich keine Hand auflegen machen. Wacht. Aber egal. Man muss sich ja nicht alles gefallen haben. Da ist ja jemand. Sind die Haider. Boah, ist gar nicht zu gewöhnen. Du stirbst trotzdem. Trotzdem. Ich glaube. Das ist der nächste. Da ist er stun. Ah. Ne, so wird das nix schade. Woah, 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 woah. Summit. Hahaha. Hohoho Steckt halt jetzt hier was Ich würde sagen, da kann ich mich doch nicht hinter der Wand treffen Ne 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 Freunde, ihr müsst schon herkommen Dann kriegst du einen Stun, lieber Monk Genau, dann stirbst du Geh auf den Mage, genau, töte ihn So, wo gehört sich das? Das ist der nächste Was ist der? Killing Spree Double kill Done Was ist der freeze? Was ist der freeze? Ja, so Bonk Was ist der? Äh? Oh ey, tabbing Was ist der? Was ist der? Was ist der? In line Was ist der? Der hier kommt Was ist der? Ich wieder Ich auch Was ist in line Was ist der? Was ist der? Die Spitzel Haha Schau mir Näh, Shadow Oh doch nicht Schau mir wieder an Absteh Absteh Oh, dieses Gezuppel Zuppel! Zurück, zurück. Oh, danke für'n hier. Ja, überhaupt nicht so schnell. Ob! Auch! Scheiße, das war auf'n Palis. Das war wahrscheinlich nicht so gut. Rebuffen? Oh, so... Oh, nee, nee. Ich darf das nicht. Freedom! Freedom! Blablabla, freedom! Ähm, scheiß! Hage da. Bin doch... Ich hab'n bisschen rausgehauen. Ah, Palis, geh'n nicht auf'n Sack. So, boah, hier sieht jetzt nichts an. Ist dann... Wings up. Wie das Lauf wird... Nein, 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 nein. Nicht kill. Ich kill dich. Ah, ist dann... Ist ein Heiler? Ich glaube schon. Wahrscheinlich... Jetzt ist es aus. War aber lustig. War lustig. War lustig. Damn, zehn Kills schon. Wieder da. Schmolzen, ey. Am Schlaug, okay, den haben wir wahrscheinlich verteilt. Wenn das als Ehle so geht... Ich weiß gar nicht. Ich spiel' kein Ehle, ich weiß es nicht. Kann aber gut sein. Da-da-da. Da sieht's, so. Ist das schon... Gut. Ist der Rogue? Gehen wir nochmal hin, ich hab zwar nichts bereit. Weder Wings noch... Noch, äh... Bob, noch Bubble, aber... Hoppala, Entschuldigung. Ja, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? So komische hergekommen sind ich. Oh, er kommt her. Hohohoho, wie fies. Ob das Persian? Zeit ist dann. Und... Doch meiner, cool. Ist da jemand? Ist keiner. Ist der, ist er wieder. Ja, du kriegst erst mal einen Stun. Stun. Killing Spree! So, ich halte mich da. Na, da hab ich gar Bock drauf. Tschüss, Priest. Sieht ganz gut aus, dass wir das hier winnen. Da hinten ist nix. Kanin gebraucht. Hopp, ey! Allgenesum hat er an, okay. Alles ist einfach. Aber es ist nur... Nix. Was ist denn gerade? Wir sind Stun. Homereens auf den Priest. Ah, ich hab gedacht, ich krieg den auch noch. Okay, jetzt. Nein. Ah ne, ich hab ja noch Kuh drauf. Scheiße. Ah, nein, nein, nein. Jetzt kann ich dem anderen nicht helfen. Jetzt werde ich wahrscheinlich sterben. Ja, jetzt werde ich sterben. Okay, ich dachte das. Reißen wir. Oh, der Krieger hat seinen Kill geholt. Wo steht er denn? Okay. Es ist so schlimm, dass viele einfach echt nicht spielen können. Und dann... Ja, trotzdem noch irgendwie nach einem Verhältnis was reißen können. Das ist manchmal echt schlimm. Was viel schlimmer ist, sind aber Leute, die irgendwie XP haben. Aber nicht in der Lage sind, auf einfachste Ansagen zu hören. Bei Erbe geht zum Beispiel. Das ist echt ne Katastrophe. Die einfachsten Ansagen nicht zu hören. Nichts anzusagen. Gar nichts. Einfach nur zu schweigen. Ist schon schlimm. Da ist der Mage. Du kriegst erstmal einen Stunt. Blinzelst dich jetzt? Ja, natürlich. Geh die Mama weg. Noch mal einen Stunt. Raus. Wird den erwischt? Nein, erwischt natürlich nicht. Boah, kurz vorher. Ja, ja. Haha. Ja, das hätte aber... Hätte eh nicht gereicht. Ja. Ja, gut. Schon mal Leute hochgezogen. Ja. War eine ganz gute Runde. Haben jetzt eigentlich gewonnen. Glaub schon, oder? Ja, doch haben gewonnen. Ja. Dann sag ich mir immer. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, dann ab der Mitte in die Kommentare. Auf Twitter oder auf Facebook. Freue ich mich immer. Ähm. Ja. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal. Guck mir. Bist duller was schreibt. ляu. kekli... Vielen Dank.